Zuerst brauche ich es nicht, ich brauche den Plasmaschneider, um das Gitter aufzumachen und auch um alle Zusatzbeute da jeweils aufzumachen. Die DisplayCase in Mr. Opio's fault will be a challenge. Wir brauchen Specialized Plasma notar to get through, aber Specialized means too easy to trace. Und wenn du ein Mann such as Mr. Opio, du nicht willst zu beträßt. So we steal it. Mini Madrazo hat uns informatio über eine Gange. Sie planen eine sehr delicte Robberie. Sie haben Plasmaschneider, und wir haben eine Location auf ihrem Schwerpunkt. Ja. Heute haben wir fünf Schwerpunkte. Du bist einst! Sie sind in den nächsten Jahren! Sie wissen, Kapitän, ich zurückkehren meine Karriere und frage mich warum. Die Robberie wurden durchgeführt, Die assassinaten wurden ausgesucht, die insurrection wurden ausgesucht. Die late Nights sind die Erlen. So, schauen wir hier mal. Ja, Pavel ist ja etwas hinter der Zeit mit seinem Dialog. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. So, drei oder vier Wellen an Gegnern kommen da. Und dann kann ich mich nach unten begeben. Da lebt noch jemand. Und so, wir kommen zu. So, mal schauen, ob jetzt das automatische Lampen wieder klappt. Ja. Mit dem Heli doppelt. Einer steht draussen, der einen anderen. Dann bin ich jetzt geflogen und ist jetzt eben im U-Boot drin. Aber darum wollen wir uns nicht kümmern, sondern um die Ausrüstungssegenstellen. Ja.